Die Essensreste sind wirklich lecker. Dankeschön, Omi. Du sprichst sogar die Sprache der Menschen. Was für ein überaus trauriges Ding du doch bist. Von wo hast du dich eingeschlichen? Das würde mich brennend interessieren. Du bist doch der Kugel so rund. Aufhören, Omi. So kann ich mich fressen. Omi, was ist das denn? Hm, das da oben? Ach, das ist die Überlieferung des großen Oshiro. Der große Oshiro? Es geschah genau hier beim Himmels-Tempel vor 3000 Jahren. Wir wurden in den großen Krieg der fünf Rassen reingezogen. Die Zeiten waren finster. Die bösen Dämonen kämpften damals in einer grausamen Schlacht gegen eine Armee aus Feen, Riesen und Menschen, die von den Göttinnen geführt wurde. Dann sollen ein paar Göttinnen von riesigen Dämonen umzingelt und fast vernichtet worden sein. Es sah nicht gut für sie aus. Es war der große Oshiro, der sie in letzter Minute rettete. Seine Gestalt war prachtvoll und sein Auftreten erhaben. Er soll in einem wunderschön weißen Licht gestrahlt haben. Dann hat der große Oshiro die Dämonen letzten Endes in einem Felsen versiegelt. Die Göttinnen haben seitdem das Himmelsflügelschwert an jede neue Generation weitergegeben und die Dämonen immerzu vernichtet. Und die Nachkommen dieser Göttinnen sind wir, die Himmelsflügler. Okay. Und du bist hierher gekommen, um diesen großen Oshiro aus der Legende zu suchen, ja? Genau. Laut den Überlieferungen befindet er sich hier auf der Erdoberfläche. Aber niemand wollte mir glauben und mich unterstützen. Eigentlich ist es streng verboten, die Erdoberfläche zu betreten. Der große Oshiro. Gosa, hast du schon mal von ihm gehört? Nein. Ich finde, wir sollten ihm bei der Suche helfen. Was meint ihr? Das würde ich gern. Doch wo sollen wir denn anfangen zu suchen? Wir haben gar keine Hinweise. Was wohl der Anführer und Hawk gerade machen? Ich bin ganz krank vor Sorge. Hoffentlich sind sie wohl auf. Ach, der lässt es sich bestimmt gut gehen. Ich will auch in dieses Himmelsreich. Äh, was? Na, wenn du hingehst, dann komm ich mit. Ich muss ihn schleunigst zurückholen, sonst können wir nicht weiter trainieren. Wir kommen doch über den See dorthin, oder? Richtig. Der Himmelstempel hat ebenfalls mein Interesse geweckt. Ja, aber... was ist dann mit dem großen Oshiro? Hör zu! Ich danke euch vielmals. Doch ich schaffe das auch allein. Macht's gut! Warte, Solat! Sowas fliegt ohne Vorwarnung davon. Aufmerksamkeit